Das hier sind Andi und Andrea. Und das sind Paul und Paula. Paul und Paula haben ihr Traumhaus in Obertürkheim gefunden, bei Immobilienscout24. Andi und Andrea haben auch ihr Traumhaus gefunden, auch bei Immobilienscout24, allerdings in Untertürkheim. Beide Paare sind darüber sehr glücklich und freuen sich auf ihr neues Zuhause. Alles ist zum Umzug bereit und gut in Kartons verpackt. Und da fällt es ihnen ein, sie müssen sich noch ummelden. Und während Andi noch überlegt, wo sich Andi und Andrea überall ummelden müssen, nutzt Paul www.einfachummelden.de den neuen Umeldeservice von Immobilienscout24. Andi muss derweil erst einmal seine Akten und Adressen zusammensuchen. Paul meldet sich ganz einfach bei www.einfachummelden.de mit seiner alten und neuen Adresse an. Dann schaut er die übersichtliche Liste von Krankenkassen, Banken, Telefongesellschaften und Behörden durch. Oh, Andi hat mittlerweile die ersten wenigen Adressen und Formulare gefunden. Gut für ihn! Paul, wie gesagt, klickt sich durch die gut sortierte Checkliste von www.einfachummelden.de und markiert die von ihm genutzten Unternehmen. Naja, bei Andi geht's auch voran. Paul ist da schon deutlich weiter. Mit einem Klick werden seine Daten sicher und schnell von Immobilienscout24 an die betreffenden Unternehmen weitergeleitet. Die automatisch ausgefüllten und adressierten Formulare druckt er einfach aus. Und Andi rennt und sucht und öffnet und weiß nicht weiter und versucht und übersieht und verzweifelt und rennt und ach. Bei Andi und Andrea hängt mittlerweile der Haussegen schief. Andrea wollte eigentlich ihre Lieblingsserie im Fernsehen sehen, aber... Oh je, Andi hat ja noch nicht den Kabelanbieter umgemeldet. Paul und Paula sind hingegen schon lange fertig und feiern ihren Einzug ins neue Heim. Jetzt neu. www.einfachummelden.de Noch nie war ummelden so einfach.